Na, woran erinnert euch das? Ja, an so ein Katzenmuster, so ein Leopard oder Jaguar. Aber Moment, Mimikrie hatten wir doch schon. Also warum tut jetzt der hier so, als ob er irgendwie eine Katze wäre oder ein Leopardenmuster an hätte? Tja, tatsächlich mache ich das nicht umsonst. Auch wenn ihr jetzt richtig gedacht habt, das ist tatsächlich ein bisschen Mimikrie, was ich hier mache. Aber es geht mir darum, was ist denn die Krypsis? Also wie kann ich nur durch meine Farbe, so wie es auch viele Tierarten tun, so wie es auch viele Schmetterlinge tun, wie kann ich dadurch mich verstecken? Wie kann ich meine Silhouette verschleiern? Ja, meinen Körperumriss, so was ich im letzten Video mit dem Schal versucht habe zu zeigen. Geht nämlich auch ein bisschen einfacher sozusagen, wenn ich keine Haare und Borsten oder sowas habe. Ganz genau. So. Es geht also um die sogenannte Krypsis. Und da ist es ganz wichtig, dass man mit vielen Kontrasten arbeitet. Also man hat eine Abfolge von hellen Farben zu dunklen Farben. So, und das sehen wir bei ganz, ganz vielen Tieren im Tierreich, bei den großen Säugetieren, wie eben auch bei den Insekten. Bei den Säugetieren ist noch ein bisschen besonders. Die haben nämlich immer an ein paar Stellen so ganz, sind sie ganz hell und andernorts sind sie wieder etwas dunkler. Und meistens ist es so, dass sie dort dunkel sind, wo die Sonne hinfällt, nämlich oben auf dem Rücken. Und dort, wo es dunkel ist, nämlich zwischen den Beinen, bei mir jetzt hier unter den Armen und am Bauch, weil da der Schatten hinfällt, da machen sie sich ein bisschen heller. Und das soll bewirken, dass die Figur insgesamt schlanker aussieht, dass man da ein bisschen nicht genau so weiß. Ja, wie groß ist denn das jetzt eigentlich? Man sinkt dann ein bisschen ein in seinen Hintergrund. Das ist das eine Ding. Das andere ist, hier gehe ich mal näher ran, durch verschiedene Farbkontraste, mal heller, mal dunkler, sieht es aus, als ob es unterschiedliche Tiefen gibt oder als ob das sogar zwei verschiedene Teile sind, weil die nicht richtig zusammenpassen von einer Farbe. Und das ist die sogenannte Krypsis, dass die Silhouette zerrissen wird, wenn man die Kontur nicht mehr so richtig folgen kann. Hier ist hell, da ist es ein bisschen dunkler. Ah, okay, vielleicht sind das ja zwei verschiedene Teile und das gehört nicht zusammen. Und auch hier könnt ihr natürlich wieder selber aktiv werden. Ihr habt vielleicht noch eure Schmetterlingsmodelle, Insektenmodelle von vorhin. Und da könnt ihr jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich hier noch verschiedene Muster draufmalte, mit starken Kontrasten, also hell an dunkel. Ihr könnt schwarze, dunkelbraune Punkte draufmachen. Ihr könnt aber auch mal Stellen vielleicht weiß lassen. Und dann schaut ihr mal, welche dieser Schmetterlingsmodelle oder Insektenmodelle sich noch besser verstecken als die einfarbigen. Ja, ist doch auch mal spannend. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob das gut funktioniert, so eine Krypsis. Und für dieses Beispiel habe ich euch jetzt zwei Käppis von mir mitgebracht. Die eine Käppi, ein wunderschönes, braun, selber gefärbt übrigens mit Pflanzenrinden. Da gibt es auch Videos bei mir auf dem Kanal, aber eben nur einfarbig. Und ein anderes Käppi von mir, das hat eben hier so helle Kontraste-Punkte drauf. Erinnert vielleicht ein bisschen tatsächlich an so einen Schmetterling, der manchmal so helle Tupfen irgendwo hat oder helle Muster. Oder auch wie ein Rehkitz auch so weiße Punkte hat. Und da wollen wir doch jetzt mal gucken, welches der beiden Käppis auffälliger ist. Käppi Nr. 1 Und Käppi Nr. 2 Und jetzt machen wir mal ein kleines Schuhspiel. Das war jetzt so als Vergleich gedacht. Und jetzt gucken wir mal, welches Käppi ihr zuerst findet. Ich mache jetzt drei Sequenzen. Das heißt, dreimal verändere ich die Lage der Käppis. Und ihr müsst gucken, welches Käppi ihr als erstes entdeckt. Aufgepasst, es geht also los mit Sequenz Nr. 1. Und Sequenz Nr. 2 Und Sequenz Nr. 3 So, ich glaube, das war ziemlich beeindruckend, oder? Was diese weißen Punkte ausmachen, um die Silhouette der Mütze zu verschleiern. Und die ist ja doch sehr auffällig. Eigentlich so ein rundes Käppi-Ding, das müsste man ja eigentlich sehen. Aber durch diese Punkte wird es nicht mehr ganz klar, was wohin gehört. Und das ist die Funktion der Krypsis. Ihr könnt es natürlich auch für euch selber mal nutzen, wenn ihr euch so eine schicke Waldjacke oder so ein Wald-T-Shirt machen wollt, wie ich. Dann mal da einfach ein bisschen schwarze und helle Stellen drauf. Oder hier habe ich noch einen anderen Jagdpullover von mir. Da habe ich so ein Pestes simuliert. Und all das, ganz wichtig, immer abfolgen von hell und dunkel, hilft bei der Krypsis. Und tatsächlich kann man da schon besser Tiere beobachten, wenn man sich ein bisschen besser verstecken kann. Das war also das Video Nr. 2. Und jetzt folgt dann gleich noch das Video Nr. 3. Und da geht es um die Warn- und Schrecktracht. Macht's gut! Und da geht es um die Warn- und Schrecktracht.